Herzlich Willkommen hier zurück bei Arrow Talks Tomb Raider Rising. So, da sind wir wieder. Ich habe nebenbei nochmal schnell die Münzen eingesammelt, habe ein wenig was eingekauft bei den netten Herren und weiter geht's. Die Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einbreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Lara, geht es dir gut? Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Ja, es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer? Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich habe doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hole uns hier raus. Oh. Pass sie nicht an. Bitte nicht. Reden Sie. Nein. Nein, du verdammtes Schwein. Wo ist die göttliche Quelle? Bitte aufhören. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie hat keine Ahnung. Oh. Du gehörst zu denen. Ich glaube das einfach nicht. Du. Du zerst. Du konntest es nicht lassen. Oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance. Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gefögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Es hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein. Noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Das ist nicht vorbei. Versteht! Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch. Aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Hm. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt. Sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Okay. Lass ich dich. Was haben Sie vermutlich gehört? Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Na los, raus mit der Lava! Boah. Super. Ausrüstung. Gibt's einen Weg raus? Nein. Aber ich hab vielleicht was Nützliches gefunden. Einen Rückkehr, Bogen und Teil. Ja. Okay. Ähm. Hopp, hopp, hopp. Jetzt muss ich grad kurz. Ja, hier seh ich jetzt sonst nichts. Ich muss wieder zurück. Ah. Vorsicht. Wir wollen seine Aufmerksamkeit erlegen. Hat geklappt. Gehen Sie da raus? Na los. Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich trau Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Ich weiß, was Sie alle suchen. Okay. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja. Ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Also ich vertraue diesen Typen kein bisschen. Der fällt mir nicht. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Ja, eine neue, bessere Welt ist nah. Ja, das haben so viele geglaubt immer. Gut. Soll ich hier nochmal nachgeguckt habe? Ein silbernes Zigaretten-Etui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Achso. Gut, dann gehen wir wo. Halte, 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 halte. Hatte er noch irgendwas Nützliches hier? Nö. Okay, gut. Mir kann ich nichts machen. Gut, dann gehen wir wo. Achso. 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 Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott. Das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Hier wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Jetzt müssen sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Oh. Okay. Okay. Papa guckt nochmal schnell mit rum. Okay. Die Kiste hier. Kupon Kupon. Zwei von vier. Gut. Okay. Okay. Und? Und? Berichtet über Probleme beim Kommunikations-Defo. Der Einheimische? Negativ. Haben einen bewaffneten Einbringling geschnappt. Okay. Nur mehr, Marcel? Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich darum. Ja. Okay. Moment, ich hab's gleich. Das war's. Kann losgehen! Okay, fahren wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Fünfzehn. Zwanzig Pfeile. So. Ach, Mist. Meine Maus ist einfach zu fix eingestellt. Ganz kurz. Wir haben Falschattakt. Ausschwärm. Haltet die Augen offen. Oh, fuck. Ähm, ja, das hätt' ich jetzt nicht machen dürfen. Mist. Ich habe hier nichts. Sicher. Nein, 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 nein. Wir sind auf ihrer Flanke. Oh. 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 Was hätt' ich nicht machen dürfen. Mist. Wie soll ich das denn? Oh. Oh. Moment, ich hab's gleich. Krass. Jetzt muss ich gucken, wie viele Pfeile habe ich denn? Kann losgehen. Okay, fahren wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Was ist das? Okay, so weit, so gut. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das haben wir schon mal so weit. Was ist der Helle? Irgendjemand spielt mit uns. Okay. Das hier scheint Sabotage gewesen zu sein. Okay. Ich habe schon mal Munition, sehr gut. Okay. Wer wird angegriffen? Durchsucht das Gebiet. So. Überprüf das Gebüsch. Okay. Sehr gut. Manchmal geht es einfach nicht mit Waffengewalt. Sehr schön. Stoff habe ich voll. Okay. So. Ähm. Na, nein. Halt. Runter. Da komme ich nicht rüber. Okay. Okay. Ihr wisst doch. Erstmal schnell alles absuchen. So. Alles püren und was geht. Alles püren und was geht. Ist voll. Okay. Ist voll. So. 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 Das heißt dann. Eher ganz komisch sprengen von Lara. Okay. Okay. So. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Jacob. Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Wie ist er denn da reingekommen? Halt. Hier ist noch mal. Ach so, ist voll. Gut. Ach ja, genau. Der Schrank hier. Ich bin verschlossen. Hier. Ach, den anderen hätte ich auch noch öffnen können. Ganz vergessen. Okay, das Gift ist voll. Es sind Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Hier. Hier. Und hier. Erna. Ich muss da reinkommen. Scharfschützen und Kundschaften. Hier muss es sein. Scheiße. Vorsichtig, Lara. Am Leben. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimische Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft. Deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet... Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erst mal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier! Ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen! Sie müssen hier irgendwo sein. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf ihn. Schon unterwegs. Okay. Erstmal das alles machen. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Lasse die eiskalte Luft in meine Lungen. Mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Also Lungenkrebs wahrscheinlich. Verdammt. Ich muss hier raus. Ja, ja, ja. So, weiter geht's mit dem Sammeln. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Los! Du bist tot! Wir haben Feindkontakt! Jetzt habe ich dich! Das war's womit. Jetzt habe ich dich. So. Wow, 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 wow. So, erstmal alle Leiche. Okay. Blennern hier. Moment, ich schau mal nach. Wo renne, Ketzer, wo renne? Oh, ha, ha, ha. Ähm, habe ich den gebündert? Oh, okay. Oh, ha, 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 ha. Position halten! Dräng sie zurück! Oh, ha, 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 ha! Mit der Maustaste Sprengleitung herstellen Diener Achso So lebt immer noch los, noch ein Legenzicht! Feuer frei! Bin auf Flankposition! Ich hab sie! Okay. Puh, meine Fresse! Oh, wir sind ja schon wieder über der Zeit. Naja, okay. Gibt es voll. Eigentlich, dass ich es nicht übersehen habe. So, das können wir mitnehmen, die Dose. Können wir an diesem Computer was machen? Nö. Okay. So, was hören wir uns das noch an? Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank. Man kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Okay. Also. Bevor wir jetzt hier feierend machen, oder? Ach, ich überziehe jetzt auf. Ich überziehe jetzt einfach ganz fies. Ist vollkommen egal. Bis wir zum Basislager angekommen sind. Schöne. Jacob. Sind sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf! Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist der! Verlege ich die! Verdammt! Scheiße! Okay, ähm, hier durch? Oh, okay. Okay. Ja, komm runter, genau. Oh, nein, 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 ich wollte doch kein Giftpilz. Nochmal nachlang, gut. Okay. Ich nehme hier erstmal alles mit. Ach, da können wir gar nicht hoch, schade. Feind gesichtet, sie ist allein. Ausschwärmen und Beeilung. Ich gehe mal nachsehen, bin gleich zurück. Ich gebe dir Deckung. Ich gebe dir Deckung. Ich gebe dir Deckung. Ich gebe Deckung. Oh, fuck. Ah, scheiße. Fuck ey. Oh. 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 Wir sind einer weniger! Wir sind einer weniger! Wir brauchen Verstärkung! Ich bin hinter dir! Geht mir Deckung! Mist! Verdammt! So, nachgeladen! Nachgeladen! Gott, verdammte Scheiße! Schneller gucken, ob ich hier noch irgendwas aufnehmen kann! Holz, nein! Keine Pfeile mehr! Eine Dose! Die nehmen wir mal mit! Okay! Wartet mal! Ach! Nein! Ich steppe! Komm her! Das hätte ich machen können! Ja! Super! Viel zu spät reagiert! Was ist hier passiert? Ja! Tote Leute! Eindeutig! Äh, wir hören uns das erstmal hier an! Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde! Meine Stigmata kribbeln! Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck! Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt! Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen! Blut tropfte von meinen Händen! Als ich das sah, war ich starr vor Schreck! Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen, wie meinen eigenen Händen! Ach so! Jacob? Ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof! Sind Sie da? Hm. Kommt mir! Ja! Wie gesagt, den Typen traue ich nicht so! Ich glaube, der gehört mit zu den Bösen eigentlich! Ein Rangabzeichen eines Militärordens! Trinity! Na jo! Sieht aber nett aus! Also der Typ ist mir echt suspekt! Noch ein sowjetisches Schild! Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen! Hm. Etwas makaber! Tja cosa! Tja... 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 Ah, bringt hier was? Ha! Okay, ein Wildschwein. Achso, das sind die besonderen Fälle. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Gehen wir! Da drüben kommt er raus! Achso! Wir haben sie, wir sind eine Maschine! Lassen Sie nicht entkommen! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Holy... Ah! Adam! Oh! 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 Ah! Oh! Oh! Okay. Dad? Ist alles in Ordnung? Dad? Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in den Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht? Ja. 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 Ich möchte wissen, warum. Warum? Ja. Ja. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Sie halten die göttliche Quelle also für echt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man... Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Konstantin und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können... oder wollen. Ich bekämpfe Trinity mit Ihnen. Aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden Sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Ich bin bald zurück. Okay. Neues Abenteuer und Bart hat auf Sie. Okay. Jacob, sind Sie da? Verdammt. Wo ist er? So, die Regionsübersicht. Da. Neue Herausforderung und Mission. Okay, gut. Ich habe hier also noch genug zum Absuchen wieder. Das bedeutet für euch... Wir machen erstmal hier Feierabend. Ja. Und... Wir machen hier ein schönes Bild. Von hier aus. Schöne Übersicht. Ja. Oh. Overwatch. Habt Kontakt mit der Einheimischen im alten Sägewerk. Wir haben sie verletzt. Aber sie scheinen Fallen im Gebiet aufgestellt zu haben. Bisher gab es einen Toten. Wir sehen uns mal um. Okay. Altes Sägewerk. Das ist hier direkt vor der Nase. Ja. Das heißt, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Und erstmal alles Gute und... Ciao, ciao euch.